Hallo, ich bin Alex. Ich nehme euch heute mit auf eine Reise in die Ritualwissenschaft und stelle euch einige Projekte vor. Unsere Forschergruppe betreibt geisteswissenschaftliche Grundlagenforschung. Wir untersuchen die Dynamik von menschlichen Verhalten, im Besonderen von Ritualen. Unter Ritualdynamik versteht man die Veränderungen, die durch Rituale ausgelöst werden. Und diese Veränderungen sind weitaus mehr, als man das üblicherweise denkt, denn man hält ja eigentlich Rituale für starr und Stereotyp und unveränderlich. Der Sonderforschungsbereich Ritualdynamik besteht aus 21 Teilprojekten. Von Musikwissenschaftlern bis Medizinpsychologen ist alles dabei. Orde Migräוע Musik 스스로 Erstens finances Geräusch Sonderforschung Sonderforschung